So, da sind wir wieder bei Let's Plays Roll. Ja, hier am Anfang. Ähm. Was ist jetzt die zweite Folge weiter? Ähm. Ich bin ja überhaupt nicht. Ähm, gleich nach wie die letzte. Nein, ich bin hier am Anfang. Wobei.. Ich weiß nicht ich.. Das ist einfach nicht... lassen, ähm, äh, warum fragt das hier gerade wohl mit der Steuerung, ähm, ein Spiel nicht zu 100% durchzuspielen. Deswegen werde ich jetzt nach und nach mal gucken, ob wir was übersehen haben. Und, ja, die Sachen einsammeln, die ich übersehen habe. Bis jetzt sehe ich hier nichts. Eine Sache werde ich ja wahrscheinlich nicht einsammeln können, außer die Kisten verschieben sich wieder zurück. Äh, was ist denn mit der Steuerung gerade los? Äh, ja. Die Steuerung schwackt gerade extrem. Sie mag mich nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Sie reagiert von spät. Und, soweit wollte ich gar nicht laufen. Ich wollte... Ähm, ja. Ach Gott. Ähm. Fick dich, Steuerung. Ey. Ich wollte es minimieren. Wieder neu rein. Vielleicht geht es jetzt besser. Aber ich konnte auch nicht genau auf dieses Spiel übertragen, weil ich gerade was anderes schon... ... hab, äh... Er läuft immer noch weiter. Äh, ja. Ich verstehe es nicht. Na egal. Wir werden, wie gesagt, jetzt erstmal... ... ob wir irgendwo was übersehen haben. Nach und nach. Ja, ich habe diesen... ...hundertprozentigspielfilm. Das ist hier unten, was drin. Nein. Diese Störung. Wie stömm ich? Warte, extrem. Deine Bemühungen sind vergeben, Sargell. Solche Gegenstände sind nur körperlose Schatten in der Geisterwelt. Ah ja, da war ja was. Vielleicht finden wir ja auch... Ähm... Äh... Wie ist alles voll spät reagiert? Ähm... Ich weiß nicht, was gerade... ... so ist das hier mit... Äh, nein, äh... Vielleicht finden wir dabei ja... ... eine von diesen... ...lüfen, die wir nicht haben. Ich habe keine Ahnung, oder was heißt... Äh, ich habe... ...göttesten... ...so. Äh... Pff... Ich werde jetzt nicht... Ich werde jetzt nur so... ... ziemlich hochgucken, aber... ...hundertprozentig finde ich bestimmt nicht alles. Späte Reaktion von 4.11. Irgendwas mag mich hier gerade überhaupt nicht. Ja, laufend Kreis. Das hier nicht mag das. Oh Gott. Ah, da ist zum Beispiel... ... das haben wir auch den Rückweg, denke ich. Ah, ich gucke jetzt mal nach, was das sein könnte. Äh, wie kam jetzt gerade... ... vielleicht habt ihr jetzt auch gehört. Ähm... ... an dem Programm... ... hat sich... ... demnach... ... verabschiedet. Das ist ja auch nicht wahr. Anwar, aber... ... keine Ahnung. So. Hä, ich glaube, es ist auch viel flüssiger. Ich... ... also, ich weiß nicht, welches Programm da gerade abgeschmiert ist, aber... ... es ging nur auf jeden Fall jetzt. Ja, ähm... ... auch in diesem Gebiet bin ich jetzt. Ah, gut. Ähm... ... wo war ich denn zuletzt? Da... ... gehen wir erstmal hier lang. So, hier alles aber. ... da ist nur ein Portal. Ähm... ... jetzt bin ich hier wieder. So. Na gut, dann fangen wir mal hier vorne an. Ja, ja, ich werde jetzt erstmal ganz viel Optionen haben. ... damit ihr euch drauf einsteigen könnt. Ich sagte eigentlich, dass ich das nicht machen werde, aber... ... dann werde ich es eh aufspielen machen. Und... ... und... ... ähm... ... ja, und... ... ob ich das jetzt aufspielen mache oder noch ins Playa... ... dabei ist eigentlich auch schon eher... ... so, ob die mehr davon und ich... ... meine... ... meine Drang befriedigt. Äh, du kriegst alles zu finden. So... ... deswegen will ich erstmal hier lang gehen. ... ... hier kommt mir ruhig... ... bei durch. Hey, das ist genau das Bild, was ich äh... ... klar... ... bei meinem Netz... ... Video als Vorschaubild hat. ... äh... ... so... ... also wo die Tür auch macht. ... muss es ziemlich sein... ... ähm... ... so jetzt schauen wir uns hier mal rum... ... ob wir... ... man... ... hochklettert haben... ... wer hier hochklettert hat... ... kann man... ... ziemlich leicht... ... ähm... ... da kann man hier auch... ... hochklettert... ... ähm... ... so erstmal hier unten... ... auch mal hochklettert... ... vielleicht werde ich jetzt gleich... ... zwei Minus hier... ... noch mal... ... sie werde jetzt hier... ... aber ich werde jetzt ganz spät... ... ähm... ... das werde ich ja auch dann gesehen haben... ... wieso... ... drehe ich immer... ... gerade... ... Moment... ... ähm... ... so... ... ähm... ... ist das die richtige... ... Tür wo ich lang gehen wollte... ... ja... ... eigentlich schon... ... aber... ... da geht es normal weiter... ... aber ich wollte... ... noch einen weiter... ... also... ... ach komm... ... nix... ... da... ... gemmal... ... aber es kann doch nie sein... ... dass da einfach nur so... ...n... ... Übergang ist... ... der noch parallel... ... die Blindfluchen... ... alle... Oder... ...durch mich da. Ähm... Ist da oben was? Ähm... Nö. Also es ist echt ein Dings, wo es nicht weitergeht. Das ist... komisch. Äh, jetzt andere Richtung. Ich hoffe das klappt so. Ähm... Wo muss ich das wieder einmal im Kreis drehen? Ähm... Nein? Gut. So. Dann gucken wir mal hier... Oh, leider. Also hier oben ist gar nichts. Also... ...die optionalen Dinge können eigentlich nur mit Klettern, Schwimmen und Fenster zerstören zu tun haben. Weiß nicht. Denke ich. Denke ich. Ich hab aber keine Ahnung. Na, jetzt mal hier Feuertunen rüber machen. Der ist vielleicht eins. Dann sag ich ja immer wieder. Ähm... Dann sag ich ja immer wieder. Ähm... So. 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 Ähm... Ja. Oh, ich liebe diese Treppen nicht. Oh. Hier ist nur ein Portal. Mach auf andere Seite. Achso, jetzt weiß ich wo ich wieder bin. h um die jahre auch gerade nur Videos die Zeit mir langweilig ein Gehirn ich mache eigentlich nur die Let's Play, weil ich auch eine bestimmte Werbung warte also jemand anderem bin ja eigentlich geid ähm hey kann man ja dann schon ist hier irgendwas da kann man ich glaube einfach was hier so sein kann ist ähm ich weiß nämlich nicht ob ich hier war oder nicht ok in diesem Gebiet war ich zu 100% da weiß ich dass ich da oben lang gelaufen bin das weiß ich zu 100% was ist da? dahinter weiß ich nicht was da ist das ist mir jetzt auch als Ersten erstmal noch ein Garten das gucke ich gleich noch ähm also ich werde nur 0 Garten cut und gleich nochmal ich habe keine Lust auf längere Wesen also andere Seite mal gucken und dann gehen wir erstmal raus hängen ich bin mal in die Spektra eben und das dafür ist hier irgendwas? ne ähm so war ich hier unten schon mal? ich habe keine Ahnung weil man kann da hochklettern ich glaube letztes Mal hat mich das aufgehalten oder? war ich hier schon mal? nein nein hier war ich nicht jetzt mal fang ok mal b mal mal ab Gott, leben hier Götter? So ein riesen Totenschädel? Ich glaube, komm, dass der aus steingefährdigt wird. Obwohl, hier drin ist auch Stein, aber trotzdem so ein riesen Schädel. Entweder die Leute, die das erstellt haben, hatten zu viel lange weiter, also in Hekien, die Leute, das für die Leutlichkeit wäre, hat nichts besseres zu tun, als mit dem Totenschädel aus dem Stein zu meißeln. Oder, es gab hier riesige Leute. Nein, ich mach dich nicht! Du stirbst jetzt! Gut, dass ich runtergefallen bin. Ganz kurzer Cut, bis gleich!